Wir wollten einfach mehr Kunden anlocken. Dafür brauchen wir neue kreative Ideen und die liefern sie uns. Dadurch habe ich sehr viele Neukunden erreicht. Ein gutes Hin- und Herspiel und ja, perfekt, weiter so. Ich heiße Stefanie Jung-Zöllner, mein Betrieb heißt Leuchtenhaus Jung. Also mein Name ist Markus Zöllner und wir bieten alle Arten an Lampen, Leuchten, Leuchtmittel, Verkabelung, Reparaturen, Lampenschirme. Also wir sind schon seit 54 Jahren im Betrieb. Ja, vor der Zusammenarbeit standen wir vor dem Problem. Wir brauchen neue Kunden, weil die alten in dem Gebiet war, welches begrenzt war. Ja, wir wollten einfach mehr Kunden anlocken und auf unsere Produkte aufmerksam machen. Die Laufkundschaft war zwar da, aber aufgrund dessen, weil unser Produktportfolio doch gewachsen ist, wollten wir auch mehr Leute erreichen, die andere Medien zur Verfügung gestellt bekommen, um irgendwelche neuen Produkte zu suchen auf Homepages, auf Facebook. Und ja, wie gesagt, dafür brauchen wir neue kreative Ideen und die liefern sie uns. Also Facebook-Kampagne haben wir einmal Installation und einmal Lampenschirmanfertigung. Dadurch habe ich sehr viele Neukunden erreicht, mit Reparaturen sehr viel aus Essen, aus Aachen, aus München, Gladbach. Also da habe ich sehr viele Anfragen bekommen. Man hört von vielen Plattformen und man weiß aber selber nicht, wie man die ganze Sache ansetzt. Man hängt Lampen auf, aber man weiß nicht, wie man den Verkauf in die richtige Richtung lenkt. Und da sind sie uns schon ganz schön behilflich durch kreative Zusammenarbeit, Vorschläge, in der Gestaltung und in der Ausführung und natürlich die Plattformen. Also bis jetzt habe ich eine Kampagne selber gemacht, also mit Heutkötter. Ich kriege die Ergebnisse immer und bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Also bis jetzt lief die Zusammenarbeit hervorragend. Das Ergebnis, das sehen wir immer in unseren Feedbacks von den Kunden, von unseren neuen Kunden. Und das Feedback ist eigentlich sehr gut und kann nichts Negatives dagegen sagen. Das ist ein gutes Hin und Her-Spiel und ja, perfekt, weiter so. Ja, selbstverständlich, würde ich Sie weiterempfehlen. Immer. Ich bin sehr zufrieden.